Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde vom Jäger-Simulator, beziehungsweise The Hunter Call of the Wild. Ich habe mich immer so ein bisschen gesträubt, das Spiel zu zocken, denn einfach so auf Tiere ballern, dachte ich mir so, na, aber da dachte ich mir auch, okay, eigentlich hast du auch Ego-Shooter gespielt, wo du auch teilweise auf Menschen geballert hast. Und am Ende ist es auch einfach nur ein Videospiel, wir gehen mal rein, neues Spiel, ja, der bin ich, gut gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank. Hallo, willkommen in Mitte Europa, ja, danke, ich bin Conny, Wildhüterin von Hirschfelden, ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass du hier ein unvergessliches Erlebnis hast. Ja, danke Conny, Hirschfelden ist eines der ältesten Jagdgebiete in Europa, hier gibt es eine vielfältige Population von beliebten Großwild, da ist für jeden Jäger etwas dabei, außerdem ist es schöner als sonst wo auf der Erde. Nee, ich bin nicht ganz objektiv, haha, Conny, man, du kleine, zwei kleine Scherzkeks. So, spüre dein erstes Tier auf und erlege es, ah, wird aber direkt verwertet, geh und sieh dich ein bisschen um, ich bin schon ganz gespannt darauf, dass du siehst, wie schön die Felder und Wälder sind. Ja, Conny, wir wollen ballern. Tipps und Tricks gerne in die Kommentare, genauso, wenn ihr Bock habt auf weitere Folgen. Jetzt ist natürlich die Frage, weil ich kann ja mal, oh, da unten seh ich doch was. Oh, jetzt hat mir jemand über WhatsApp geschrieben, ich muss mal WhatsApp beenden, das ist jetzt hier, ja, ist ja gut. Hab ich? Oh ne, ich hab mich getroffen. Okay, ja, warte, ist denn jemand von euch Jäger oder ist Papi Jäger oder euer Onkel? Ich muss sagen, ich hab keinerlei Berührungspunkte mit dem Leben eines Jägers. Ähm, bei mir im Freundeskreis war der Vater, der hat so nebenbei war der Jäger und das hat ja auch teilweise Gründe. Also, da gibt's dann so Quoten, damit die Tierpopulation in gewissen Regionen halt, dass sich das die Waage hält. Das ist ja nicht immer so zum Spaß, es gibt ja auch Leute, die fahren dann nach Afrika, um da irgendwie für 5000 Euro einen Löwen zu schießen oder so. Achso, ja, ja, warte, ich untersuch doch jetzt die Spur hier. Keine Organe getroffen. Ja gut, ich muss jetzt ja gucken, wo, wo das Tier hin ist. Hier, ah, warte, das? Aber in welche Richtung? Wo ist denn da vorne bei der, bei der Fußspur? Oder, nee, nee, das ist doch, der ist doch hier in die Richtung abgehauen. Ich hab hier, glaub ich, grad irgendwas... Ja, ja. Ja, 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 das muss da hinten sein. Hier seh ich so Sachen auf dem Boden. Bist du da irgendwo? Nee, ich hab auch schlechte Augen. Ganz leise. Ja, hier, in die Richtung. Ich seh nix. Seht ihr was? Nö, ganz leise weiter. Wir gucken mal hier auf dem offenen Feld. Nee, ich mein, ich hab's ja getroffen. Ein Tier hat dich gesehen. Bewege dich langsam mal. Ja, warte, warte. Welches Tier hat mich denn gesehen? Das ist, weil Torben hier gerade... Torben! Das ist so geil, wenn jetzt irgendein Zuschauer, der Torben heißt, Alter, und gerade am Handy guckt, denkt die so, oh Gott, ich hab noch nichts gemacht. Ja, Torben, ich hab das genau gesehen. Oh, da oben. Treffer! Warte, hab ich getroffen? Nee. War das denn das gleiche Tier von eben? Geh noch mal ein bisschen hoch, weil ich, ich, ich kann hier wenig sehen. Ich hab auch so ein bisschen die Spur verloren, hab ich das Gefühl. Ah, warte, warte, hier wird mir ja ein bisschen angezeigt. Unten rechts. Ah, ja, man darf nicht die Blätter berühren. Die Blätter sind zu laut. Ja, aber ich bin so natürlich auch gerade... Sehr laut. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Nee, aber die Karte zeigt mir vielleicht an, wo ich längs muss. Ja, hier ist aber zu viel... Zu viel Büsche. Äh, gut, dann muss ich jetzt ja durch. Thomas! Ich hab dich schon wieder gehört. Du hast doch da gerade Chips gegessen vor dem Bildschirm. Sind wir immer noch auf der Spur? Auf der Pferde? Wir brauchen eine Lichtung. Oh, hier sieht's gut aus. Hier könnte, könnte jemand sein. So, wir scannen mal hier die Umgebung. Ist hier was? Nö. Ich seh jetzt, ich, ich leg mal einen kleinen Sprint ein. Weil ich glaub, das Kalb ist weit gelaufen. Weil das muss ja angeblich hier so in der Nähe sein. Hier hin vielleicht? Nee, nix. Gar nix. Oh, da ist eine Landstraße, als ob. Ja, hier. Du verlässt das Revier, kehr um. Äh, okay, warte mal, dann sind wir, dann sind wir falsch. Guck mal hier, weil dann verlassen wir das Ding hier. Aber ich dachte, er zeigt mir halt, dass das der Weg ist, wo das Tier ist. Aber das, ja, schade. So, ich hab jetzt nochmal eine neue Chance. Ich werd mich jetzt richtig anschleichen. So, warte ab. Da unten ist das Reh. So, Schuss. Ich hab, ich hab noch getroffen. So, sie ist auf jeden Fall nach da hinten. Da hab ich gesehen, wo sie längs gelaufen ist. Das muss in die Richtung gewesen sein. Da. Hier war der Trevor. Spur untersuchen. Aber guck mal, hier steht jetzt, dass das hier so längs... Ne, hier die Richtung war das. Spur untersuchen. Ja, 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 guck mal hier, in die Richtung. Ja, hier sieht man, Spur untersuchen. Hier hab ich sie auch hinlaufen sehen. Ja. Da vorne ist die nächste Spur. Hier nach oben. Diesmal haben wir die Spuren. Da. Futtergebiet entdeckt. Das ist, glaub ich, gut. Oh, was ist das? Hier sieht man das Symbol, kenn ich nicht. Ne, hier ist noch die nächste Spur. Fußspuren trabend. Das ist auch in die Richtung. Hier ist das nächste. Oh ja, jetzt kommen wir dem Ganzen langsam auf die Spur. Ah, jetzt ist hier aber in die Richtung nochmal. Oh, was war das? Ja, ja. Brunftschrei. Ich versuche leise zu sein. Fußspuren gehend. Ja, ich gehe hier ganz leise durchs Gestrüpp. Ist gar nicht so einfach, Jäger zu sein. Hier sind auf jeden Fall noch weitere Spuren. Da. In die Richtung. Da ist aber auch noch was. Oh, was ist das für ein Geräusch? Das klart gerade, als wenn die Hose gerissen ist. Hä? Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Wie? Das war noch ein Brunftschrei. Oh, ich glaube, ich bin jetzt was Dicken auf der Spur. Und er ist ready for... Ready for... Oh. Tee, warte. Warte. Der muss doch... Der war doch drauf. Warum ist der denn noch da? Der ist in die Richtung gelaufen. In die Richtung ist er weggelaufen. Ich habe den noch ganz genau gesehen. Wie kann denn das nicht getroffen haben? Liebe Leute, die das Spiel schon mal länger spielen. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Also, der war doch drauf. Und das war ja aus so einer Distanz, dass ich mir denken würde, Junge. Also, der muss doch drauf sein. Der Fußspur laufend. Ja, klar. Der war natürlich erschreckt, als ich hier geballert habe. Aber wir haben immer noch die Spur. Oh, was ist... Ah, weil hier ist jetzt aber Blut. Drohendes Klopfen. Ja nicht, dass der jetzt versucht zu kämpfen oder so. Oh, da ist doch... Da bewegt sich was. Da läuft er! Der ist da rechts abgebogen. Ich habe das gesehen. Doch, doch. Hundertprozentig. Oh, warte. Was ist da? Da ist ein Fragezeichen. Ist er das? Machen wir kurz ein bisschen Tempo. Was ist da hinten? Warte, ich habe irgendwas gehört. Ja, das ist... Das ist nicht weit weg. Der muss ultra nah sein. Da ist ein Hase! Ja, das ist ein Hase. Ein Wildkaninchen. Hierbei ist der Bau. Habe ich? Das Tier hatte ich gehört. Ne, ich habe doch jetzt das Kaninkel. Oh nein, Alter. Bugs Bunny. Der Arme, Alter. Ja, also, um das jetzt nochmal zu sagen. Es ist, wie gesagt, nur ein Videospiel. Oh, erste Schritte Mission abgeschlossen. Ach so. Aussichtspunkte. Okay. Aber wo ist denn, was ich mich frage. Ich hatte doch diesen dicken Bock. Den hatte ich doch auch getroffen, oder nicht? Den Bock. Ja, hier sieht man zum Beispiel auch den Hasenbau. Oder? Na toll. Armer Bugs Bunny. So, was war denn jetzt da hinten? Wo ist das Fragezeichen da? Oh, hier ist eine schön freie Fläche, aber ich sehe hier niemanden. So, was geht hier ab? Wahrzeichen. Ein Grabhügel aus der frühen Bronzezeit liegt in einer unheimlich kreisförmigen Lichtung zwischen den Bäumen. Wow, you're a fast learner. Danke. Das hat man mir noch nie gesagt. Aber von hier oben haben wir vielleicht einmal kurz einen guten Blick. Vielleicht können wir hier was erspähen. Ich verstehe allerdings immer noch nicht, wie wir den einen verfehlen konnten. So, von hier aus. Spontan sehe ich jetzt hier nichts. Falls ihr mal Tiere gesehen habt, die ich übersehen habe, markiert die gerne mal mit so einem Timestamp. Weil ich sehe jetzt hier nichts. Hier ist auch eine Straße. Ich glaube sowieso, dass Tiere sich eigentlich ungern in der Nähe von Straßen aufhalten. Was ich mich jetzt nur frage ist, also wo muss ich jetzt hin? Ach so, hier ist der Aussichtspunkt, oder was? Ja, dann lass mal wieder da zurückgehen. Wegpunkt setzen. Weil da sollen wir ja hin, zu diesem Aussichtspunkt. Ein Auto wäre gut. Oder so ein Segway. Ein Fahrrad. Oh, was ist das denn hier? Ich habe auch eine Shotgun. Ich glaube, die Shotgun wäre das eine Mal viel besser gewesen. Ach, ich kann Tiere anloggen. Ja, hier. Ja, Mama, ich komme mal vorbei. Na, wir sprinten jetzt aber erstmal zu diesem Aussichtspunkt. Vielleicht haben wir von da einen guten Blick. Was haben wir denn sonst noch so in der Tasche? Ich weiß nicht, mit was ich mich da gerade besprüht habe. So, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder eine kleine Knarre. Und dann sprinten wir jetzt mal da vorne los. Hoffentlich kriegt der Junge keinen Herzinfarkt oder so. Weil 240 Meter. Oh, hier ist aber nochmal, nochmal eine Spur. Die werden wir natürlich analysieren. Futtergebiet. Oh, hier sieht man auch Spuren. Oder sind das meine Spuren? Nee. Laufend. Aber sind das alte Fußspuren? Hier ist auch noch Blut. Ja, ich glaube, das sind alte Spuren. Wir können hier natürlich nochmal hinterher gehen. Hier ist auch nochmal Blut. Ja, wir sind hier nochmal auf der Pferde. Hier sind Spuren. Blutungsgrad sehr niedrig. Ja, das bedeutet eigentlich, dass das kein Problem ist für das Tier. Das Blutungsgrad sehr niedrig. Laufend. Also, es ist hier definitiv längs gesprintet. Naja, hier ist immer noch das Blut. Oh, verliert sich hier die Spur? Nee, hier oben. Also, es ist hier vorbeigekommen. Hier, wo wir auch unterwegs waren. Hier ist es dann am Stoppschild kurz gehalten. Naja, hier sehen wir die ganzen Spuren. Trabend. Hier hat es sich dann scheinbar ein bisschen beruhigt. Hier sind ja auch wieder die Futtergebiete. Warte mal ab. Ist hier was? Ich sehe hier aber nichts. Oh, warte. Hier ist Kot. Ah, ja, lecker, Alter. Alter, das sind doch, sind das nicht irgendwie acht Kinder-Schokobons? So werden die also immer gemacht, die Dinger. Ich habe mich schon immer ein bisschen gewundert. Oh, hier sind aber die Fußspuren. Die sind noch am Start. Oh, was war das? Ich habe hier gerade irgendwas gehört. Brumpfschrei. 141 Meter. Schnell hinterher. Der Brumpfschrei kam aus dieser Richtung. Fußspuren trabend. Aber das ist auch mehr wieder in die Richtung. Aber der Brumpfschrei war ja mehr aus der Richtung hier. Weil hier ist Fußspur trabend. Hier nochmal ein... Oh, hier geht es in die Richtung. Gehend. Sorry. Ist auch ein Brumpfschrei. Der muss doch hier irgendwo sein. Ein Warnruf, weil er mich gehört hat oder was? Hier ist es zu dicht. Oh, auf der Flucht. Na, das ist nicht gut. Ah, hier hinten ist so ein Jägerstand. Ne, was ist das hier? Ach so, hier könnte ich sowas bauen. Ja, ich habe kein Geld für sowas. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Was ist das denn für ein Mist? Nee, weil ich glaube, das Problem ist, dann verschwinden auch die Spuren. Oh, was war das? Ein Warnruf? Mist. Oh, da sehe ich einen. Wartet. Trevor? Nee. Das kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe das immer nicht. Hier sind sie längs. Da. Trabend. Oh, da war aber... Da hinten kam nochmal ein Warnruf. Oh, hier ist das... Das Gebiet ist auch relativ offen. Das ist für uns gar nicht so schlecht. Wo, wo, oh, hier seid ihr längs. Offenes Feld. Da hinten chillt doch einer. Natürlich. Warte mal. Das ist jetzt meine Chance. Vor allem, der guckt auch nicht in unsere... Ah, doch, er guckt ein bisschen in unsere Richtung. So, ich werde jetzt... Oh, da vorne ist auch noch einer. Den muss ich doch treffen, wenn ich jetzt von hinten drauf ballere. Den schieße ich halt in den Po. Wir probieren es. Ich glaube, ich habe ihn. Der hat sich nämlich nicht bewegt. Der liegt da. Der andere ist nämlich abgehauen. Der bewegt sich nicht mehr. Ja, den haben wir. Das ist ein Dammhirsch. Männlich. 75 Kilo. Weiß. Zack. Neue Stufe. Gibt Fertigkeitspunkte aus, um neue Jagdfertigkeiten freizuschalten. Oh, Leute. Was soll ich da nehmen? Schreckruf. Windprophet. Was ist davon so geil? Was sollte man skillen? Oh, was war das? Ein Warnruf? Oh, das ist nicht weit. Wartet. Ich gehe runter. Ah. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Das hat er klug gemacht. Oh, nochmal ein Warnruf. Wir schleichen uns an. Wir sind bereit. Oh, da guckt er um die Ecke. Ich sehe ihn nicht. Alter, warte. Da ist er. Trevor? Was? Der war doch drauf. Ich sehe dich, wie du da hinten längst läufst. Hier muss er, ja genau. Hier muss er längst sein, ja. Aber den haben wir jetzt scheinbar überhaupt nicht getroffen. Zack, in die Richtung? Ne, 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 ne. Das Tier ist doch hier vorne längst gelaufen. Oh, warte. Das eine war eine Wolfsspur. Hier. Losung sehr alt. Ah, nein. Fuchs. Okay, ja. Fuchs, Wolf. Alles ist ja fast alles das Gleiche. Oh, hier ist zumindest Blut. Also wir müssen es doch getroffen haben. Das ist hier in die Richtung. Ja, hier sind viele, viele Spuren. Oh, was war das jetzt? Ja, hier ist auch noch das Blut. Ah, hier sind die Ködels. Aber das waren sehr alte Ködels. Boah, ich sehe hier auch gar nichts. Ah, hier können wir wieder so einen Jägerstand aufbauen. Da hinten. Ich sehe es. Habt ihr es gerade gesehen? Ja, ich bin viel zu... Ich bin hier am Sprinten. Das ist eigentlich super dumm. Der ist aber hier gerade längst gelaufen. Der ist aber auch viel zu... Der Busch ist viel zu dicht. Da kriegst du ja kaum irgendwie... Ah ja. Auf Karte ins Futtergebiet. Aber hier ist er vorbeigekommen. Was war das denn? Ein Warnruf von einem Ringfasan. Was ist denn ein Ringfasan? Also ich weiß, was ein Ringfasan... Aber Ringfasan, nie gehört. Hier ist... Jetzt bin ich auf der Spur nach einem Ringfasan. Hier ist scheinbar fressend. Hier ist die Fressgegend vom Ringfasan. Guck mal, der ist nicht... Der ist nicht weit weg. Aber der hört mich halt wahrscheinlich easy, oder? Ja, der fliegt einfach weg. Ach Gott, mal wieder richtige Bildungslücke. Kann ein Fasan... Fasan kann gar nicht fliegen, oder? Oh, was ist das? Warnruf. Da ist der Fasan. Da fliegt er doch. Oh. Hab ich ihn erwischt? Ne. Scheiß Fasan. Sorry. Blöder, abgehobener Fasan. Ach so, hier ist wieder so ein Jägerstand, den man aufbauen kann. Ja, ich hab keine Kohle, Alter. Da, wie ist das? Kostet das wieder? 2000? Oh. Ne, ich hab den... Ich konnte den bauen. Ja, geiles Ding. Guck mal, jetzt steh ich hier oben. Ja, toll. Jetzt muss ich den ganzen Tag warten, oder was? Alter, kann ich bestimmt so einen Jagdruf machen. Ja, ja. Komm mal her, du alter Fasan. Ne, hier kommt aber nix. Da geh ich runter. Ich bin mehr ein Kämpfer als so ein Abwahrer. Jetzt haben wir das Blöde, aber jetzt haben wir die Spur vermutlich verloren. Ah, ne, 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 ne. Hier ist noch. Ah, das ist der blöde Fasan. Alter, das Gestrüpp ist doch viel zu groß. Wo soll ich denn hier den Fasan erkennen? Ein Wildschwein. Edgar. Spuruntersuchen. Alter, der hat aber dicke Häufchen. Ne, ich will aber eigentlich, will ich den Edgar gar nicht. Ja, das ist ein Schmetter, Alter. Was ist das eigentlich, Leute? Jetzt erklärt mir das mal mit dem Edgar-Cut. Ist das so eine neue geile Frisur, die sich jeder machen lässt? Seht ihr hier jemanden? Hier muss einer ganz in der Nähe sein. Spuruntersuchen. Trabend. Ah, hier in die Richtung. Aber hier ist auch noch was. Oh, da sehe ich was. Auf der Flucht. Da, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Da läuft er. Der war hier. Hier auf der, da hinten. Naja, da hinten. In die Richtung. Naja, aber wenn ich jetzt hier sprinde, da würde er mich wieder hören. Aber wir sind hier auf jeden Fall. Das ist auch die Schweinespur hier. Hier in die Richtung ist er gelaufen. Ist er da hinten? Ne. Aber hier war auf jeden Fall das Tier. Da, da läuft er doch. Trevor? Nochmal ein. Ach so, ich habe nur einen Schuss in dem Ding. Oh ja. Das ist, glaube ich, eine Schweinespur. Die suchen sich doch da drin gerne. Aber Wildschweine gehen auch auf Angriff, oder nicht? Das könnte gefährlich werden. Aber ich bin ja kampferprobt. Ja. Ja. Der hat mich einfach ein gewöhnlicher Schnupfen fast dahin rafft. Oh, hier. Hier unten am Wasser ist vielleicht ein Wildschwein. Ja, ja. Und um zu trinken. Doch, Tiere sind immer so an so Wasserstellen. Hier, warte mal. Traben. Das ist schon gut. Hier sind noch so Köttelchen. Wir gehen zur Wasserstelle. Hier werden auf jeden Fall Tiere sein. Guck, da habe ich gerade einen Vogel aufsteigen sehen. Da hinten ist auch ein kleines Haus. Da. Guck mal. So eine kleine Hütte. Oh, guck mal hier. Trabend. Ich hatte recht. Ich hatte wirklich recht. Da. Es sind zwar sehr alte Spuren von so einem Wildschwein. Aber die haben hier getrunken. Das Wildschwein, das holen wir uns. Aber gut, Leute. Wenn ihr Bock habt auf eine Wildschweinjagd, dann lasst gerne einen Like da. Denn das war es für heute. Dann würden wir das vielleicht beim nächsten Mal machen, sofern ihr Bock drauf habt. Falls ja, schaut dann den Like rein. Hier sind jetzt noch weitere Videos. Schaut doch gerne auf Paluten.ch ab vorbei. Für Mini-Paluten und vieles mehr. Viertes Dankeschön, Leute. Euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.